Servus Guys, euer Sweater ist back am Start mit einem weiteren Wochenbericht zur FIFA-Sinn auf meinem Kanal. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr weiterhin jede Woche mit News versorgt werden wollt. Und ich würde sagen, wir starten rein in die ganze Thematik mit einem Update zu FIFA Gaming. Denn er hatte ja am 01.01. seine Ansage an KuchenTV neben seiner Bekanntgabe seines Endes veröffentlicht. Und die Ansage an KuchenTV wurde ja zwecks eines Interviews gemacht. Und er will sich jetzt auch noch, ja, eventuell einen Boxkampf mit ihm liefern. Und ja, meine Freunde, auch dieser Hype ist nicht an FIFA Gaming vorbeigegangen. FIFA Gaming reagiert in dem Video wiederum auf eine Reaction von KuchenTV. Klingt langweilig, ist es teilweise auch. Und Kuchen sagt dort in dieser Reaction, dass sich das ganze Thema so ein bisschen im Sand verlaufen hat. Denn er wollte ja ursprünglich mit FIFA Gaming einen Kaffee und Kuchen, also das Interviewformat, drehen. Jedoch hat ihm KuchenTV jetzt ein Angebot gemacht. Da er sagte, dass es zwecks seines Kindes nicht möglich ist, ansatzweise in die Nähe von Till zu reisen, hat er ihn mehr oder weniger zu sich eingeladen und hat ihm auch angeboten, das Zugticket und auch das Hotel zu bezahlen. Und Till wird dieses Angebot annehmen, also zu ihm zu kommen. Jedoch schlägt er das Angebot mit dem Hotel und auch mit der Zugreise aus. Und KuchenTV hat ebenfalls angeboten, ein Video für FIFA Gaming zu drehen. Und Till könnte sich wiederum vorstellen, auch quasi eine Art Kaffee und Kuchen auf seinem Kanal zu machen, über die ganzen, sage ich mal, Skandale von KuchenTV. Das ist ihn auch nochmal ein bisschen befragt zu der ganzen Sache mit Gina, die damals gelaufen ist. Also der Frau, also Freundin von KuchenTV, der Mutter seines Kindes. Und auf einmal wirft FIFA Gaming diese Reaction aus meiner Sicht nach völlig unerwartet, wenn man natürlich nicht auf den Titel schon geschaut hätte, wirft er in den Raum, dass er sich es gut vorstellen kann, vor dem Box-Duell zwischen ApoRed und KS-Streak, beziehungsweise auch Lea Masha und Skandart und Standardskill, eine Art Vorkampf zu veranstalten. Ich persönlich muss dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass es jemals zu dem Duell kommen wird, da KuchenTV es eigentlich auch überhaupt nicht nötig hat. Er hat zwar ein etwas schlechteres Standing, aber das würde sich nicht durch den Boxkampf gegen Till verbessern. Ich würde sagen, das Standing von Till würde sich vielleicht verbessern, wenn er gegen KuchenTV boxt. Und wenn es jedoch zu dem Duell kommen würde, dann glaube ich persönlich, dass FIFA Gaming gewinnt, weil er meines Wissens nach, zumindest nach dem persönlichen Kontakt, den ich hatte, eine Zeit lang ziemlich viel Fitness betrieben hat, was für seinen Körper getan hat. Und ich das persönlich jetzt bei KuchenTV nicht vermute, dass er neben seinen ganzen Kanälen, seiner Firma und seinem Kind noch großartig Zeit dafür hatte, auch wenn er natürlich auch im Fußballverein gespielt hat. Dennoch muss man aber sagen, dass der Ausgang schon noch ein bisschen offen wäre. Natürlich kommt es wahrscheinlich nicht dazu, da beide keine großartige Boxerfahrung haben. Ja Leute, nachdem wir schon einen Unruheherd der FIFA-Szene in diesem Video behandelt haben, kommt es zu einem, ja, sag ich mal, etwas neueren Unruheherd in der FIFA-Szene, der sich erst so in den letzten Wochen und Monaten gebildet hat. Denn es geht nämlich um Mukai. Denn der postete am 9.01.2022, ich sehe es schon, komm, morgen ist alles weg, und blendet dabei eine E-Mail von EA ein, in der sie schreiben, wenn du diese Änderung nicht angefordert hast, kannst du diese E-Mail ignorieren. Du erhältst diese E-Mail, wenn du das Zurücksetzen des Passworts für dein EA-Konto angefordert hast. Quasi stellt Mukai dar, dass er vermutet, gehackt worden zu sein, da sein Passwort scheinbar zurückgesetzt werden soll. Ja, dann kommt der gute alte Trusty Foot Trader ins Spiel. Wer nicht weiß, wer das ist, das ist so eine Art Leaker in der FIFA-Szene, der, sag ich mal, schon sehr oft richtig lag, der scheinbar die richtigen Kontakte besitzt. Und er schreibt, Fake News for Cloud, Entschuldigung für mein etwas schwaches Englisch, aber ich denke mal, es ist besser als E-Designs. There is a very unique pattern how people hack those accounts. It's by letting the EA-Support swap out the mail, since they don't have neither the mail or their access to that mail account. They're just using the gamertag. This is just made up bullshit. Ja, er schreibt quasi in dieser E-Mail, nur um kurz zu fassen, dass die Hacker sich da meistens eigentlich über den Gamertag bemühen und dann an den ganzen Account da rankommen und das eigentlich nicht über solche Mails passiert. Und darunter schreibt er noch, By the way, I let one of my sources double check before posting it. Also, dass er es zweifach hat checken lassen, dass es wirklich nicht funktionieren kann. Und er schreibt noch, Fun Fact, This is one of the guys who got banned for using the No-Loss-Glitch. Also erwähnt er nochmal, dass Mukai ja vor einigen Wochen seinen Skandal hatte, in dem aufgedeckt wurde, dass er den No-Loss-Glitch verwendet hat, auch wenn er immer wieder gegen die Person gepredigt hat, die diesen Glitch angewendet haben. Ja, diesen ganzen Tweets hat dann wiederum der FIFA-Weltmeister Mo Auber aufgegriffen und hat nur dazu geschrieben, Was hat der mit dir gemacht? Und markierte Mukai. Ja, Mukai, wie ihr auf diesem Bild sehen könntet, hat in seinem Stream darauf reagiert und sag ich mal, er hat sehr unerwachsen reagiert. Also, egal welches Alter man ist, so sollte man auf jeden Fall nicht reagieren, egal ob man Kinder hat oder nicht. Das hat einfach nichts im Internet zu suchen. Denn er sagte sowas wie, Ja, was hat er denn mit mir gemacht? Er hat deine Mutter ge... Und das geht natürlich eigentlich gar nicht, wenn man das so sagen kann. Für eine Person, die schon aus meiner Sicht etwas reifer ist und eventuell mit 20.000 Followern auf Twitter auch eine kleine Reichweite hat. Ja, danach kam es aber, das muss man dazu sagen, zu einer Entschuldigung von Mukai, die möchte ich euch kurz vorlesen. Wann bin ich zu dem Menschen geworden, den ihr heute gesehen habt? Ich schäme mich, ich schäme mich so sehr dafür und kann mich dafür nur von Herzen bei jedem Einzelnen entschuldigen. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich will nicht auf die Mitleidsschiene gehen, weil ich die nicht verdient habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, sowas zu sagen. Das war nicht ich. Ich bin bei Gott kein fehlerfreier Mensch, aber ständig von allen Seiten auf die Fresse zu bekommen, habe ich heute einfach nicht ausgehalten. Ich konnte einfach nicht mehr und bin explodiert. Ich habe nur eine Mail getweetet, die ich bekommen habe. Mir wurde hinterher gesagt, ich würde Aufmerksamkeit suchen auf Kosten derer, die geaggt wurden. Sogar on-stream habe ich über 10 Mails bekommen, und dass jemand versucht, sich in mein Konto einzuloggen. Das Letzte, was mir hier auf Twitter fehlt, ist Aufmerksamkeit. Ich versuche ja schon allem und jedem aus dem Weg zu gehen, aber letzte Nacht konnte ich einfach nicht mehr. Ich bin einfach nur ein Mensch, Mann. Ich habe diesen Hate heute nicht ertragen können, weil ich einfach nichts Falsches gemacht habe. Nein, ich will mich nicht dafür rechtfertigen, sondern nur versuchen, euch meine Sicht zu erklären. Trotzdem ist meine Reaktion darauf das Allerletzte. Ich kann jeden verstehen, der sich von mir abwendet. Ich habe heute wirklich jede Grenze überschritten und weiß gerade nicht so wirklich, was ich machen soll. Es tut mir von ganzem Herzen aufrichtig leid, dass es so ausartet. Habe ich nicht so gewollt. Wünsche euch und euren Familien alles Beste auf der Welt. Ja, man muss jetzt natürlich trotzdem dazu sagen, um ihn so ein bisschen im Schutz zu nehmen, das ist auf jeden Fall richtig krass, dass er wirklich von allen Seiten in die Mangel genommen wurde, wie das Ganze ist mit den Hexen etc. Das kann ich euch persönlich nicht sagen. Ja, der Trusty Food Trader hat seine Tweets auch gegen den Kollegen Mukai gelöscht mit der Begründung, dass er so einem keine Cloud mehr geben möchte. Und ich sage es mal so, ein Großteil der FIFA-Youtuber scheint jetzt auch weiterhin nicht ganz so cool mit Mukai zu sein. Also vermute ich mal, dass das Ganze vielleicht am Ende doch nicht stimmen könnte. Aber beweisen kann man es im Endeffekt eh nicht. Was man allerdings nachweisen kann, ist, dass Mukai sich bei Mo Auber nochmal persönlich entschuldigt hat. Denn der tweetete, Mukai hat mich angerufen, hat sich entschuldigt. Ich hatte eh nicht mehr vor, mich dazu zu äußern. Ich finde es trotzdem gut, dass er es einsieht. Habe ihm eigentlich nur gesagt, dass er sich nicht bei mir entschuldigen soll, sondern an die Community für die Taten. So eine Entschuldigung im direkten Sinne, dass er nochmal benennt, was wirklich jetzt falsch und was richtig war. Denn ich persönlich weiß es immer noch nicht. Beispielsweise. Das fehlt mir persönlich auch. Ob er das am Ende macht, glaube ich am Ende nicht. Ich denke, das Ganze wird wieder mit einem guten Morgen auf Twitter mehr oder weniger aufgelöst. Dennoch wünsche ich Mukai alles Gute, denn so eine Hatewelle gönnt man nicht jedem. Beziehungsweise gönnt man eigentlich keinem, außer er schlägt seine Katze tot, wie Miguel Pablo, und sagt am Ende, doch, dass er es nicht gemacht hat. Also, ja, wie gesagt, es war ein krasses YouTube. Ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so passiert. Ja, was auf alle Fälle auch noch in der FIFA-Szene passiert, das ist Update zu dem Thema Hacks. Und da wird jetzt mein Kollege BreakFIFA gleich darüber reden. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal aus diesem Video. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, check Break ab. Und ich würde sagen, Break, dein Teil. Ja, Dankeschön für die schöne Überleitung. Ich bin hier auch wieder auf dem Kanal am Start. Dankeschön für den Niemeswetter, dass ich hier auch wieder auf dem Kanal dabei sein darf. Und heute will ich euch noch ganz kurz Updates geben, beziehungsweise über die Hacks reden, was da in letzter Zukunft oder was da in letzter Zeit passiert ist und was in Zukunft passieren wird. Denn E-Sport hat ein Statement abgegeben. Aber bevor wir über das Statement reden, will ich noch ganz kurz euch zeigen, Trimax hat seine Coins wieder, beziehungsweise er hat seine Coins wieder bekommen, genauso wie seine FIFA-Points, die der Hacker verzogen hat. Das heißt, er hat insgesamt 92 Millionen Coins bekommen und einen Haufen FIFA-Points. Ich weiß leider nicht genau wie viele FIFA-Points, aber auf jeden Fall hat er wieder sehr, sehr viel bekommen. Entschädigung. Ich finde es sehr, sehr gut der Schritt von ihr, dass die auch wieder was zurückgeben. Die Frage ist halt, Trimax ist ein Content-Creator. Das ist klar, ich weiß halt nicht, wie das bei normalen FIFA-Spielern ist, beziehungsweise bei Leuten, die gehackt werden, die keine Reichweite haben. Da bin ich gespannt. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr oder wurdet ihr schon gehackt? Habt ihr auch wieder Coins, Points, irgendwas zurückbekommen? Schreibt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das würde mich auch interessieren und auch den Svater natürlich. Lasst auf jeden Fall gerne ein bisschen Liebe da und ja, Trimax hat auf jeden Fall alle seine Coins und Points wieder bekommen. Ja, wir kommen jetzt, kommen wir noch zum Thema mit Smagsy, denn er hat einen Tweet rausgehauen. Ich muss auch ganz kurz gucken, hier ist der Tweet, ihr seht ihn und zwar, es gibt jetzt eine Verifizierung, die in nächster Zeit kommen wird, auf EA, beziehungsweise über den EA Account. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das kann ich euch selber nicht sagen. Es wird auf jeden Fall in FIFA bald ein Update kommen, wo dagegen vorgegangen wird. Also EA hat wahrgenommen, dass es aktuell Hacks gibt und die werden daran arbeiten. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut meiner Meinung nach, dass EA Sports wahrgenommen hat und auch Schritte dagegen einleiten wird, wie in wie fern alles passieren wird. Das werden wir sehen. Stand jetzt, wenn ich dieses Video aufnehme, ist noch kein Update draußen. Es kann sein, dass die nächsten Tage ein Update kommen wird. Mann, genau, das kann ich euch auch nicht sagen. Auf jeden Fall, es wird bald ein Update kommen, wo die Verifizierung eingenommen wird, beziehungsweise wo das alles steht. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz auf die Pitch Notes ein. Ja, also in den Pitch Notes steht eigentlich auch nichts Besonderes, außer dass EA Sports davon ausgeht, dass nur 50 Accounts gelegt worden sind. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube, dass es viel mehr Accounts getroffen hat, EA Sports vielleicht den Schaden gering halten und man merkt auch, dass EA Sports den Fehler nicht bei sich sucht, sondern so ein bisschen hier rumredet und updaten mit Kundensoftware und dies, das. Also die suchen hier keinen Fehler bei sich, das finde ich sehr, sehr schade, weil es muss ein EA Fehler sein und ich finde es schade, dass EA Sports sagt. Das ist nicht der Fehler von uns, weil man merkt, dass EA Sports sich da ein bisschen rausredet und es wird schwammig argumentiert, aber trotzdem finde ich es schon mal gut, dass EA Sports den Schritt in die richtige Richtung genommen hat. Ja, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat dieses ganze Video gefallen. Wenn ihr habt, gerne ein Däumchen nach oben da. Supportet auf jeden Fall dein liebes Wetter. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch bei mir vorbeischauen. Tag am Sonntag ist ebenfalls online gegangen. Auch da hat das Wetter einen kleinen Gastpart gehabt. Lasst auf jeden Fall gerne Liebe da.